Prüfen Sie selbst digital Ihren Energiebedarf und erfahren Sie, wie Sie Energie sparen können. Dies ist möglich durch die digitale Energieberatung der Salzburger G. Eine dieser sechs Möglichkeiten der digitalen Beratung ist der Chatbot LEA. LEA, unsere digitale Energieberatung. Die LEA kann unter anderem Energiespartipps geben, sie kann aber auch helfen, Energieverbräuche zu erklären und zu verstehen. Die LEA ist auch in der Lage, einen Live-Chat mit einem menschlichen Energieberater, eine Energieberaterin herzustellen. Dann kann man in Schriftform direkt und live kommunizieren. Und die LEA kann auch die Anmeldung zu einer persönlichen Energieberatung fahren lassen. Und das Besondere an der LEA ist, sie lernt ständig dazu und sie passt sich den Fragen des Kunden an. Wenn ich abends durch Instagram scroll zum Beispiel und sehe Beiträge zu Klimawandel und Energiesparen und dann denke ich mir so, ja, da würde ich schon auch gerne meinen Beitrag leisten und in meinem Haushalt Energie sparen. Und dann habe ich halt gegoogelt, ja, Energiesparen in Salzburg und bin auf die Webseite der Salzburger G. gekommen und habe da dann halt gesehen, dass es da eine digitale Energieberatung gibt, wo man auch ganz konkret für den eigenen Haushalt seine ganzen Daten eingeben kann. Also die LEA hat in den letzten Monaten kräftig dazugelernt, vor allem durch Nutzung von KI-Funktionalitäten. LEA kann jetzt viel komplexere Fragestellungen beantworten aus dem Themenfeld Gebäudesanierung, Heizungstausch und auch Förderungen. Also die LEA weiß mehr, sie beauskunftet mehr und sie kann vor allem eines, sie kann auch weiterleiten, wo es dann Detailinformationen noch zusätzlich gibt, wo es Förderungen gibt oder, wenn es passt, wo auch passende Produkte und Dienstleistungen der Salzburger G. verfügbar sind. Das alles kann LEA jetzt zusehends und sie hört nicht aufzulernen. Egal ob über Amazon Alexa oder über den Live-Chat, LEA hilft immer gerne weiter. LEA hat meine Fragen beantworten können, ist auch konkret auf meine Fragestellung eingegangen, hat sich gemerkt, was ich vorher schon gefragt habe und auch da eine Verbindung hergestellt. Und hat mir auch Links zur Verfügung gestellt, die ich dann nutzen kann, falls sie meine Fragen konkret nicht beantworten konnte. Und dadurch, finde ich, hat sie mir gut weitergeholfen und ich weiß jetzt, wie ich bessere Energie sparen kann, denn mir zu Hause, was mein Ziel war. Wenn auch Sie Interesse an der digitalen Energieberatung der Salzburger G. haben, dann besuchen Sie unsere Webseite unter www.salzburg-ag.at slash Energieberatung